Das Taxi-Unternehmen Ebges in Farel hat den Sprung in das digitale Zeitalter vollzogen. Auf dem Schreibtisch in der Taxizentrale am Bahnhof stehen drei neue Bildschirme. Auf einem kann die Disponentin verfolgen, wo die zwölf Taxen der Firma gerade unterwegs sind. Auf dem zweiten Bildschirm verbucht sie jeden neuen hereinkommenden Auftrag und schickt die Adresse des jeweiligen Kunden digital zu einem der Taxis. Der Taxifahrer bestätigt per Knopfdruck. Auf einem weiteren Monitor ist der momentane Tourenplan gelistet. Auch der Kunde profitiert, denn die Fahrpreise können sofort per Papierausdruck dokumentiert werden. Ferner ermöglicht das neue System über die sogenannte Go-Box eine Erreichbarkeit der Fahrer in ganz Europa. Die Taxen können via Satellit jederzeit geortet werden und sind bei Überfällen oder anderen Problemen schnell aufzufinden.